Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu meinen Picks zur Champions Stage. Das sind die folgenden, die habe ich wie immer getippt bekommen von Sneasel. Vielen Dank dafür, brah. Am Ende werden die Jungs hier durchkommen und der Rest ist eben wie hier gezeigt. Sneasel hat G2 mit den Nipp-Leuten getauscht gehabt, also er hatte es so. Er hat mir aber geschrieben, hey, man könnte es auch noch so machen und ich glaube einfach an Nipp. Weil der Name so cool ist. Bis zum nächsten Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner wicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.